Und hast du mal so gekauft? Und Kontakt müssen? Und wann kommst du? Ja, ja, ich weiß. Ich weiß, morgen ist der erste Advent. Ich weiß. Und wie sieht's mit nächster Woche aus? Ja, super. Ja, super. Ich freue mich. Endlich mal wieder. Nein, nein, bring Lilly nicht mit. Ich will nicht, dass sie den ganzen Scheiß hier mitkriegt. Und sonst so? Wie läuft's in der Schule? Ach, das ist doch schön. Und hast du schon einen Wohnstattl für Weihnachten geschrieben? Und was hat Papa dazu gesagt? Na ja, das werden wir noch sehen, ja? Ich rede mal mit Papa, ja? Ich hab dich auch lieb, mein Schatz, ja? Ja, ja? Ja, ich weiß, ja? Ja, ich weiß, ja? Ich weiß, ja?